Welcome back, ladies and gentlemen. Mein Name ist Daniel Korte und in diesem Video verlose ich eine Haartransplantation. Ja Leute, kein Scheiß-Tatsache, kein Witz. Ich verlose in diesem Video eine Haartransplantation. Aber als allererstes mal herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn du da draußen gerade neu auf meinem YouTube-Channel bist, dann würde ich mich sehr freuen, wenn du Teil meiner YouTube-Community wirst. Einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett for free. Und du kannst auch gerne die Glocke aktivieren, dann wirst du jedes Mal benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Instagram habe ich selbstverständlich auch. Dort gibt es aber eher so ein bisschen privatere Einblicke von mir, mit mir und meinem Hund zum Beispiel. Oder auch Behind-the-Scenes-Videos. Also, wenn du Bock hast, kannst du mich dort auch abonnieren. So Leute, jetzt aber zur Verlosung, zum Gewinnspiel. Es gibt eine Haartransplantation zu gewinnen, ja. Ich hätte mir, glaube ich, niemals träumen lassen können, dass ich irgendwann mal auf meinem eigenen YouTube-Channel eine Haartransplantation verlose. Aber wirklich, Tatsache, kein Scheiß. Ich verlose jetzt hier in diesem Video eine Haartransplantation. Wie ist das Ganze zustande gekommen? Ich habe ja das ein oder andere Haarstyling-Video auf meinem YouTube-Channel. Und da kam eine Haarklinik auf mich zu und hat gesagt, hey Daniel, hättest du nicht Lust und Bock, mit uns zu kooperieren? Und da ich sehr volles Haar habe, ja, wie ihr vielleicht wisst, und ich auch vollen Bartwuchs habe, kommt weder eine Haartransplantation noch eine Barttransplantation für mich in Frage. Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, okay, alles klar, wir verlosen eine Haartransplantation auf meinem YouTube-Channel für euch. Also, wenn dir da draußen gerade vielleicht die Haare schon ausfallen, ja, deine Haare so ein bisschen lichter werden oder du vielleicht Geheimratsecken hast und unbedingt die Geheimratsecken loswerden möchtest oder du vielleicht unbedingt einen Bart haben möchtest, aber dein Bartwuchs einfach nicht vorhanden ist, man kann nämlich auch eine Barttransplantation machen, ähnlich wie die Haartransplantation, nur halt im Gesicht, dann ist das jetzt hier eine einmalige Gelegenheit für dich, denn in diesem Video verlosen wir das Ganze und zwar ein Rundum-Sorglos-Paket mit der Klinik Elite Hair Transplant. Den Link zur Klinik findet ihr auch in der Infobox, könnt ihr euch einfach schon mal reinschauen. Was gibt es zu gewinnen? Das Wichtigste am Anfang. So, Leute, es gibt zu gewinnen natürlich eine Haar- oder Barttransplantation, dann Flüge nach Istanbul, komplett for free, Aufenthalt im Vier-Sterne-Hotel, Dolmetscher wird uns zur Seite gestellt, wir bekommen Verpflegung vor natürlich und ein Sightseeing-Day mit mir in Istanbul. Also, das gibt es zu gewinnen, also eigentlich das Rundum-Sorglos-Paket, also wenn du eine Bart- oder Haartransplantation machen möchtest, ist das wirklich eine optimale Gelegenheit und du kannst auch noch mit mir einen Tag Istanbul genießen, also ist das was oder ist das was? By the way, ich begleite das Ganze natürlich mit meiner Kamera, also du solltest auf jeden Fall einverstanden damit sein, dass ich dich begleite, wir machen Sightseeing, also die Haartransplantation, also wird auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Aktion, wir werden ein paar geile Tage in Istanbul haben, 100%, aber wie gesagt, du solltest auf jeden Fall damit einverstanden sein, dass man dich filmt. Wann wird das Ganze stattfinden? Hinflug wäre am 19.12., dann hätten wir am 20.12. einen Tag Zeit, Istanbul zu erkunden, also ich war schon ein paar Mal in Istanbul und ich kann dir ein paar gute Ecken zeigen, also es wird auf jeden Fall sehr, sehr geil werden. Dann wird am 21.12. die OP sein und am 22.12. geht es dann zurück nach Deutschland. Wie ich finde, ist das auch ein super, super Zeitpunkt, kurz vor der Weihnachtszeit, sich so eine Haartransplantation oder Bartransplantation machen zu lassen, denn da hat man während der Feiertage einfach Zeit, sich zu erholen und einfach zu regenerieren und dann läuft der Heilungsprozess auch besser, du musst nicht unbedingt an die Öffentlichkeit und so, also das ist auf jeden Fall ein sehr guter Zeitpunkt. Was musst du dafür tun, um am Gewinnspiel teilzunehmen? Ganz easy. Meinen YouTube-Channel abonnieren und dieses Video kommentieren mit Hashtag Haartransplantation. Meinen Instagram-Kanal abonnieren und schick mir eine E-Mail an info.daniel-quartier.com mit fünf Bildern von deiner aktuellen Haarpracht. Warum musst du mir eine E-Mail schicken mit Bildern von deiner Haarpracht? Weil die Ärzte vorab eine Haaranalyse von deinen Haaren machen müssen. Die müssen halt erst schauen, okay, wo nehmen wir die Drafts raus, wo können wir die da einpflanzen, wie lange dauert der ganze Prozess und aus dem Grund brauchen die Ärzte vor Ort einfach Bilder von dir und deiner Haarpracht. Und wie sollen die Bilder aussehen? Eins von vorne frontal, zwei von der Seite, also linke Seite, rechte Seite, eins von hinten und eins von oben. Also insgesamt fünf Bilder. So Leute, nochmal zusammengefasst, was gibt es zu gewinnen? Es gibt eine Haartransplantation zu gewinnen, inklusive Flug, Aufenthalt im Vier-Sterne-Hotel, Verpflegung, Limousin-Service, Dolmetscher, alles drum und dran. Ja, wird alles bezahlt, komplett kostenlos. Das kannst du gewinnen. Ich begleite dich bei dieser ganzen Aktion nach Istanbul. Wir werden auch noch einen Sightseeing-Day in Istanbul haben, also ein riesen, fettes, krasses Paket. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst meinen YouTube-Channel abonnieren und dieses Video mit Hashtag Haartransplantation kommentieren. Meinen Instagram-Kanal abonnieren und mir eine E-Mail schicken an info-at-dynamysquart.com mit fünf Bildern von deiner aktuellen Haarpracht, damit die Ärzte vor Ort eine Haaranalyse machen können. So, also am Ende des Tages kann ich leider nicht entscheiden, wer von euch mitkommt, sondern das machen die Ärzte vor Ort. Die suchen dann den Kandidaten aus. Also schickt mir auf jeden Fall fleißig E-Mails, kommentiert dieses Video und ich hoffe, dass ganz, ganz viele Leute mit am Start sein werden und wir den richtigen, passenden Kandidaten finden werden. Das Gewinnspiel läuft ab heute genau zwei Wochen lang, also 14 Tage bis zum 25.11. um 24 Uhr habt ihr Zeit, hier mir eine E-Mail zu schicken, um dieses Video zu kommentieren. So Leute, das war es jetzt hier zum Gewinnspiel zur Haartransplantation. Also, wenn du da draußen in Frage kommst, schick mir gerne eine E-Mail. Oder wenn du jemanden kennst, der jemanden kennt, der gerne eine Haartransplantation haben möchte, ja, dann leite ihm dieses Video weiter. Ansonsten, das Video ist natürlich nicht nur für Männer, sondern natürlich auch für Frauen. Also, Frauen können auch Haartransplantationen machen lassen. Also, auch die Frauen da draußen können gerne mitmachen. Also Leute, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Macht's gut, bis dahin. Peace out.